Oh, das ist gut, ey. Das ist super. Das ist legendär. Der Film ist super, ey. Warte mal, warte mal, kurz, mach mal kurz Pause. So, wie kommt man auf euren Discord? Hier, guck mal, einfach, ich poste das mal eben rein, so. Das ist der Link dazu. Einfach dazu, einfach rein draufklicken, dann, wenn du Discord installiert hast, wovon ich ausgehe, kannst du einfach auf Reaction einfach ein paar Links reinposten, die wir angucken sollen. Vita ist momentan, das ist der hier, der recht unten gerade zu sehen, der ist momentan der Zeremonienmeister, der macht den Linkshochladen. Okay, dürft wieder. Ich bin gespannt, ich mag so richtig folgte Videos, weirde Videos auch. Weiter. Das ist auch so cool, wie gleich die Bösewichte so böse, so rüber gucken, wenn er so am Tanzen ist. Ja, das ist so. Ich hab da einfach so ein Random genommen. Kürzi. Der Dance ist legendär, ey. Ich hab gesehen, der hat den auch bei so einer Talkshow, wo der jetzt letztes Jahr oder so eingeladen war, mal gemacht. Echt? Illa, cool. Ich weiß noch, damals hab ich mit dir und Gerna den Drunken uns auch angeguckt, den Dance hier. Yes, man. Unter deinen wird schon ganz feucht, ey. Ja klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Voll krass, ne? Wenn du so tanzen kannst, Böse. Auf jeden. Also der ist Füfte. Ja, genau. Du hast auch gut ausgedrückt. Wow, krass, ey. Das Bagat darf natürlich auch in keinem Film fehlen. Ach du Scheiße. In jedem Film macht er den mindestens einmal. Ja, die Kampf-Szenen damals. Aber die waren gut, ey. Ja. Was? Da hat man Bock, den Film wiederzusehen, ne? Ja, ist so, ey. Ist so, ne? Die alten Filme von dem. Drunken Master-Ideo. Ach du Scheiße. Das ist geil, ey, dass die Jukebox kurz ausgesetzt hat. Ist noch schön gut zu trinken. Das wasche, Alter. Jetzt geht es aber noch weiter, Leute. Okay, ich habe mal ein paar gepostet. Ich poste mal nicht so viel. Das könnte ja jetzt noch eine Zeit für weitergehen. Da hätte ich gespannt. Ich hoffe, geile Videos. Ich bin echt spannend. Pancake-Zur. Genomalisch hat er auch vorgeschlagen. Ja, hat er Pancakes, oder? Ja. Jetzt mal live. Singer, Lyrics, Musik. Jetzt kommt's. Oh, ich kenne das. Kennt ihr das? Nein. Das wird so geil, ey. Boy, ist on point. Das ist schon ganz geil. Das fühlt das, ey. Das ist top-notch, ist so, ey. Pass auf gleich. Das ist top-notch. Text ist richtig tief. Der Wahnsinn, ey. Wie das auch Bombe, ist so, ey. Ja. Autotune vom Tausend, ey. Ist so, ey. Der Produkert hat's voll raus. Ist so. Besser Produkert aus Indien, wahrscheinlich. Ja, Mann, ey. Oder von wo das Lied kommt. Ja. Ja, wahrscheinlich Indien. Oh, Mann. Das ist so ein Text, ne? Das ist so, ey. Das singt dann auch so. Hier, oh, Alter, jetzt kommt die Stelle. Hey, hey, hey. What the hell do you think of yourself? Ich glaube, besser singen als hier. Ja, sowieso, ey. Der ist bei sich im Dorf bestimmt der übelste Hitle-Tür, ey. Wunderbar, ey. Ja, das sowieso, ey. Wunderbar, ein Tausend von Indien, ja. Der Produkert hat's voll raus. Das ist der Timbaland von Indien wahrscheinlich. Guck mal. Der Text ist so deep. Ja, ja. Das ist eine Apex, Ed Medi, der rausgemacht, also Ed Medi daraus gehauen. Aber ich hab den sogar gerade abonniert, meine Zeit. Ja. Ja, weil ich fand das so cool. Ich hab das ja durch mein Gag gesehen. Oder Reddit. Hook Games, nur eins. Hook Games, what the fuck. Geil. Wo hat Eddie auch aufgenommen für dein Video? Ja, auf jeden, ey. Ja, na, na, na. Ja, hat er, Chris, Chris, ein. Ich danke, Chris, ein für deine Unterstützung. Ich meine, jetzt, wenn man das Video so dazu sieht, okay, das ist echt cringe. Aber wenn das so ein bisschen von der Qualität, jetzt nicht von der Qualität, also vom Gesang her ein bisschen besser gewesen wäre, dann könnte das schon als so ein Lied durchgehen eigentlich, oder? Wenn man jetzt das Video nicht dazu gesehen hätte, immerhin ist das Indien, die, klar, dass sie so jetzt nicht so on top Texte haben und so. Also, es hat Wiederhörungswert, oder wie heißt das, oder wie heißt das, ne? Man könnte das nochmal sich anhören, weil das so lustig ist, dann. Ja. He's back. Komm, wieder, Mann. Catchy ist das Lied, genau. Catchy, ja, ist das Wort. Heftig, ey. In diesem Show, ey. Wie passt das? Oh, wie geil. Der Beste, ey. Das ist der Geilste, ey. Macht der nur solide? Ja. Ja, Mono voll begeistert. Mieter ist der Legend. Mono ist voll gerade hyped, ey. Russian Hero ist so, ey. Biggest Fan. Ist so, ey. Boah, gutes Video, ey. Ja, aber Mono, der macht das nur solide. Was ist das denn nun? Das ist Hip-Hop. Hey, I'm Dina. Schau mal an meine Füße. Meine Füße sind direkt vor. Das wird wieder so cringe werden, ey. Ja. Und das macht es so, wie Hip-Hop. Was das ist mit Hip-Hop ist, alles ist unten, alles ist in einem Plie. Ich denke, das erste, das du auch jeden musst, ist alles über die Posture. Und du weißt, wie ich in der Zeit war, meine Posture war wirklich schlecht. Meine Mutter meinte immer so, ständig, 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 ständig. Und du weißt, ich war ständig, ständig. Und Hip-Hop ist das. One, two, three, four, hit. Und ah. Aber ich glaube, ich höre das gerade raus, Boys. Okay. Das ist klar, Mono, ich schwein. Wenn Mono so cringe, war. Na, ich sterbe noch. Hahaha. Boom, bam. Every time. Ah, ah. Auf Ramm, Mono. Damit ihr im Club ordentlich Eindruck macht. Ist so, ey. Ja. Das ist ein Dropper-Fresher-Boox, ey. Oh mein Gott. Anni, mach mal direkt mit. Probier mal. Nee. Genau, ey. Willkommen, Eddie, Marc. Oder Wittler. In the african piece it was like this. But in Hip-Hop it's like this. Oh mein Gott. Bitte, hör auf. Wer guckt denn so eine Schreise von real so? This is me. This is how I am. This is a lifestyle. This is it. I'm into points a lot. But they're not your average points. Hahaha. People ask me all the time. What are you gonna do when Hip-Hop goes out? Hip-Hop is an attitude. It's right here. It's how you feel. It's style. So it can go out. Man kann dir das nicht abnehmen, ne? Ja. Flex foot. Bent back. It's all in your attitude. It's right here in your face. And how you dress. It's the way you look. I want to tell you another thing that makes Hip-Hop, Hip-Hop. Hahaha. Das ist das Beste, wenn die drei Kids da am Danzen sind, ey. Boah, so scheiße. I hit here and I hit here hit here sometimes I vary it I'll give them a bye they look at me like I'm crazy but then they know this right here is me and then I give them peace I'm out. Everything is terrible. Das war so Müll, ey. Aber ich mein, das Video war gut, aber das war Müll, was sie gezeigt haben. Ja, Mann, der darfst du dir nicht mehr. Hold on. Uh huh? Woh? Ah. Stomach. Stomach. Ah. Je parer in Landenglish. Ja. Es ist ein witziger. Ah. was Das war... Ich habe ein schlechtes Diarrhofer. Wann geht die eitsch ab? WTF! Der Chicken-Dass. Mr. Trollolo ist gut, ey, den kenne ich. Was steht Fräulein? Fräulein tatsächlich. Was ein Scheiß, ey. Wissen Sie überhaupt, was sie da sagen? Ich glaube nicht, ey. Learning English. Boah, der Scheiß, ey. Das kenne ich noch. 80s Overload. Nein. Das ist so, ey. Boah, das ist so scheiße, ey. Meine Güte, ey. Das ist 80s pur, ey. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Es gibt sowas nicht mehr heutzutage. Ich glaube, es wird das nicht mehr erlaubt werden, oder? Keine Ahnung, ey. Ich glaube aber nicht. Ich glaube auch nicht. Was sagst du? Ich glaube, heutzutage wird das nicht erlaubt. Was denn? Ich glaube, dass sie so rumlaufen, da im Fernsehen, oder? Achso, ja. Ja, wieso denn? Ja, weil Aerobic war doch so der Trend der 80er, ne? Ja. Oh Gott, das will, ey. Boah, ey. Das ist peinlich, ey. Soll ich machen auch noch so ein Video, das führt. Ja, lass mal. Okay, komm, lass mal. Next. Ich glaube, viel mehr passiert auch nicht. Ja. Und was der Fichter ist, das werden wir uns anhören, mit von der Partie Das kann doch von Vita gekommen sein. Die Szene von dem, ey, Alter. Mann, kommt meins. Da können Sie mal doch was geschickt, Vita. Ja. Von dem gibt's auch so ein Video, wo man die beiden sieht, wie die, äh, jetzt älter sind. Ja. Vor ein paar Jahren wurde das released, hab ich gesehen. Hab ich glaube, gesehen. Ich stelle mir euch da vor. Oha. Hey, Andi. Ich muss gleich los. Ich wurde zum Westen eingeladen. Ja, ja, nee, alles gut. Nach euch. Sonst kann ja, äh, einer von euch gleich den Raum machen, ne? Ja. Einen anderen Raum machen. Ja, wir können auch gleich Feiern machen. Ach, vielleicht muss das Video, muss das neue Video sehen. Ja, es gibt auf sich schon neue Videos von denen. Ja. Gebraucht Verstand. Ich glaube, das Video sehen wie das auch schon nach. Ich hab bis hierhin noch nie gesehen, ne? Nee. Nee. Ja, ich hab mir nur, wenn du dieses Pfeifen da, äh, angehört. Ich hab halt was random reingeschickt, okay? Jetzt kann Eddie ja den Zermonienmeister machen. Okay. Oder Eddie, oder wir machen Feierabend. Oh, würde ich sagen. Also, ja. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Ja. Und dann, nun hör dich.